was soll ich mehr jetzt und dann kann ich anpflanzen kann ich euch so bersten jetzt wir müssen so bersten wir wollen ein Haus wir müssen so bersten mein Wasserfahrstuhl nein ich brauche Wasser ein einziges Alter das ist mein Wasser hin das riecht Alter komm auf ein Wasser jetzt mach doch einfach eine unendliche Wasserquelle Alter ja ich lasse das jetzt sein ich muss sowieso meine Plantage vorantreiben Florian bitte du auch ja Florian stell 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 mach 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 Alter seid ihr behindert du kannst jetzt gerne hoch gehen ich wollte das nur ausbessern dass es ordentlich aussieht das ist aber nichts gegen dich gerichtet Martin naja nein ohne scheiße soll hier oben ordentlich aussehen ich wollte einfach nur ein einziger wasserkeller kann ich von hier oben von deinem dach runterspringen kannst du gerne probieren ja läuft boah hier war ein Loch da hat er beinahe reingefallen aha seid ihr wieder witzig er hat Loch gesagt fang an zu ackern fang an zu ackern fang an zu ackern Martin fang jetzt an zu ackern ich bin schon dabei fang jetzt an zu ackern nerf nicht anfangen mit ackern sonst klatscht es schütteln denn oder jodler es geht mal los ich habe ich ja schon ordentlich geackert so ich habe gerade Eier ich habe Eier ich habe Eier zwei Stück das ist kein Scherzer wirklich zwei Minuten ich habe auch zwei wirklich gerade jedenfalls Martin Gegensatz zu uns hast du als einziger einziger einzigen kann man nicht steigern Kunde das ist einziger Ja ich gebe dir gleich meine Eier hast du ähm alles dir gesnackt was da unten war alles ohne uns das zu geben ja jetzt guckst du wa wir haben dich durchschaut deine dunklen Pläne und Machenschaften kannst du jetzt sicher weitermachen wort Sidious Wer hat dieses Loch da unten das kotzt wer hat den Wasserfall weggemacht ich nicht Flo ich bin grad fast gestorben okay warte ich setze das Wasser hin jetzt macht das scheiß Wasser dein 1 wird nichts mehr geben hier? ist da wenn du das jetzt weg machst und ich sterbe dann hast du dir jede Sympathie von mir verspielt gib mal Eier gib mal Eier ja viel Spaß damit Martin hast du auch noch Eier? ja den hat keine Eier schieb mal bitte weil ich sammle gerade für Hühner dass mindestens ein Huhn rauskommt dass wir hier erstmal für eine Weile Eier haben so dass wir irgendwann auch ja dann kommt sie mir ich hab sechs Stück nein wo bist du? wo hast du die ganzen Eier hier kann man ja noch von unten hin meinen jetzt muss man halt jetzt muss man halt jetzt weiß ich wie dieses Monster die arabische Brille bei sich selbst machen konnte ey wer hat dir das Wasser durfte doch bitte bestimmt hey wer hat dir das Wasser weggemacht ey Wasser wo? nein bei Martin achso das war nicht witzig was denn? was mit dem Wasser ja ein Hühnchen ist ausgekommen ja du hast auch ne Chance von einem Achtel das Hühnchen raus Julian du bist ein richtiger checker scheiß checker du solltest langsam mal anfangen zu studieren studieren geht über studieren der war richtig schlecht das war auch keiner das war wieder einer von Florian seinen total behinderten Aussagen behindert ja genau das meine ich du bist schon so lustig oh Martin ja Martin Martin ist schon so ein süßer gell Martin was machst du da ich beobachte dich Martin Kraft mir gerade ein Diamant schwert Thorsten zwei Diamanten ja ich muss euch das in den Nippeljammann mein Nippel ist so so tiny Tiny Crocs das jedenfalls noch aus S die die Sto hat sich meine Nippeljammann ist so tiny das dem Lohn schon geholt julian nein weil der spaß sie mir keine gibt ich habe keine melonen lab und ich und du hast doch gesagt bei dem bergteilen sie melonen kannst du mal den arsch stecken ich denke was ich gerade mache ich dachte jetzt mich troll das wir haben aber cool wie ich mache war cool wie das macht da guckst du was da guckst du ach diese behinderung ich hab doch jeder von mir zu sehen Martin hältst du wenigstens noch Samen oh ja richtig viele dann gib mal her ich bin gar nicht in Stimmung dazu glaub mir du wirst mir Samen geben mit deiner Gesellschaft bin ich nicht in Stimmung dazu das ist mir egal ich melke dich auch noch zur Not waaah ih ihr hört auf hey julian hör mal auf ich meine Kinder die uns zu schauen ich habe noch ein Ei gefunden eins mal eins Martin ist stolz dass er so viele Eier hat du bist stolz dass du keins hast so ich hab doch eins gerade gefunden gefunden in der hose er hat es endlich gefunden mit einer steck einer pinzette und einer lupe warum das war kein witz julian es war trotzdem unlustig es ist mir scheißegal es war kein witz es war eine Tatsache und eine unlustige tatsache zur belustigung der zuschauer die sind nicht belustig die sind erst bestürzt sind die sie sind erschüttert über deine inkompetenz ich wünsche wieder das Wort erschüttert und bestürzt verbinden beschüttert nein erschürzt wo ist mein Wasser hin 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 verdammt das stimmt das ist es war wie ich einfach keiner wo hab ich denn die Melonenporn gesehen in deinem Arnus oh man das Niveau Martin du senkst das Niveau du hast was im Niveau gerade höchst Kapterniveau ja singt ganz Martin hast jetzt endlich mal was angepflanzt ja schon lange finde ich gut hast du Knochenmähe vorwenden ja hast du schon was geerntet nein ich brauche was zu essen ich hab noch zwei mal Fömer ich auch ich hab noch da ist ein Kür auf meiner Plattform da sind zwei Kür auf meiner Plattform ich hab mal ausgeleuchtet so bevor diese Scheiße die spawnt hier unten rumlebt du hast meine Fackeln weggemacht wen meinst du ich mein dich ich hab deine Fremd clam ich auch nicht weil du fragst kannst du dir denn gerne der Aufnahmen angucken ich habe keine Zeit darauf deine Fackeln wegzumachen ich bin gerade habe gerade auch sehr viel zeit Ach du scheiße da sind zwei Creeper Jodan war es husch und husch ja ich war es husch wenn ich am verhungert bin hab ich auch genug Zeit losses seine Dienste wegzumachen. Man, oh Mann, wer ist hier der Pro? Ich bin der Pro. Ich bin der Bro. Martin, du hast gar nichts hier fertig. Du hast kein Knochen, doch hast du. Ich habe Knochen, wir verwendet für die drei Stück, die du sicherlich sehen kannst. Ich hätte ja auch endlich gerne Marmeloen, aber es geht ja nichts. Zur Not, falls der Hungertod an mir nagen sollte, es bleibt dabei. I got balls of steel. Obwohl das... Flo, hör auf! Ich habe dich noch gerettet, Julian. Oh, hier ist Gras. Mach das ja nicht auch... Oh, das Gras, das will ich retten. Wer? Mach das Gras. Falls, was ich sagen wollte, wenn du das auf die Pflanzen machst, dann werden wir sterben. Alter, jetzt lass es. Flo, ja, hau ab von meiner Plattform. Ich zerstöre die auch nicht einfach. Flo, hast du noch Knochen, weil dann könnte ich um Weiz... Also, auf Lein, verpiss ich einfach von meiner Plattform. Es ist gerade so... Ich würde gerade so gerne diese Melonen-Denken abbauen, weil da mehr Melonen-Samen rauskommen als... Nicht unbedingt. Lass uns so erstmal... Lass hier stehen. Ja, bitte. Kriegen wir schneller Melonen. Es ist so... Wer aus der Melone... Guck mir dann raus... Ich hab nur noch einen Hunger... Ja, ich hab auch nur noch zwei. Aber ich werde ja vorzüglich behandelt, weil es meine Melonen sind. Das sind unsere Melonen, die du aus unserer Melonen... Das stimmt, kein Unser. Es gibt Unser, du spast. Wenn es kein Unser gibt, dann werdet ihr sofort runtergegeben. Alles, die Schnauhe bei mir hoch anpflanzt. Wenn du hochkommst, ist es froh. Warum? Das hat dann nichts mit dem Unser zu tun. Oh mein Gott, nur ein Herz. Nein, ein Hunderbalken. Ich glaube, ich weiß, wie ich im Problem her werde. Oh, ich sehe da ganz hinten einen Melonen. Hol sie. Das ist zu weit weg, das schaffe ich nicht bis dahin. Ja. Das Huhn, scheiß auf die Feder. Das Huhn hat aber was getroppt. Mein Huhn? Nein, oben auf den Berg. Ich würde niemals zurück in den Hundertzahlen verfahren. Was war ein Huhn auf dem Berg? Nur noch eine halbe Hungerkeule. Ich würde gerne teilen, wenn es möglich wäre. Ich werde das so elendlich verrecken. Martin, wenn da irgendwie eine Melone jetzt in den nächsten zwei Sekunden fertig wird, die kriege ich, okay? Ich werde es später wahrscheinlich bereuen, aber Flo, komm zu mir. Ich gebe dir das Hühnchen, damit du nicht verreckst. Fürs Erste, weil ich habe noch mehr Hunger als du. Ich werde es später noch bereuen, dass ich das getan habe. Aber dann wirst du in deinem Herzen wissen, du hast was Gutes getan. Ich glaube, ich werde mir jetzt diese eine Melone holen, die ich gesehen habe. Ich werde sterben. Willst du mitkommen, Julian? Ich habe noch ein Hungerkeulchen. Und ich habe noch zweieinhalb Herzen. Ich bin mir ganz ehrlich hier und rumsteigen, um ganz, ganz wenig Hunger zu verbrauchen. Und es geht auch recht gut. Dann muss ich raus. Ich habe ein Hühnchen gefunden. Alter, wenn wir jemand von euch noch Knochenmeer hat, dann bringt mir das. Ich habe geguckt, ob ich noch welches habe. Wenn er ein Skelett findet und das töten können, dann bringt mir sein Knochen. Ich habe ein Skelett gesehen, aber ich habe so wenig Leben, dass du mich töten. Wachst du, ihr Scheiß-Melonen. Hättest du das Weizen gepuscht, dann hätte man Cookies machen können, Martin. Ja, das will ich ja jetzt. Alter, ist das traurig gerade. Alter, ich bleibe... Die müssen... Die Zuschauer werden sich so langfragen. Ich bleibe jetzt auf der Stelle stehen, bis was passiert. Jetzt... Ich will der Scheiß-Melone haben. Besondersweise auch... Meine Etage ist es, wo ich hier anpflanze. Und ihr giert hier danach, dass bei mir Melonen wachsen. Ja...